so jetzt nix hey komm und bei Nix es sieht halt so selbst nach Hack aus durch die Wand wo ich bei den Glitches das sieht doch so geil aus ah ich musste angucken ne ja es sieht doch so geil das hat halt 4 FPS oder so ach da wo der mich kriegen wollte verdammt ich wollte mein Skin jetzt für die kaufen nehm ich den 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 Adler und dann kann ich mal is like it again in the sky wir haben die own journey eh nur nö was dieser Meldung ich dachte Blutdorf der Schande wird ja okay dann ja genau nee Gollem ja gollem 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 an ihrem Mann vor Ort wir haben ein Mann ich wette dass ich jetzt abfälliger Diener bitte irgend so was kommt wir haben halt hier unten wir haben halt hier unten Hayley und irgendwie nicht den Charo wir brauchen mal ne umstunten Bot lehen jetzt bin ich angri ich versuch können wir aber so schnell nicht verliegen also wir fahren einfach hä death boah hast du gesehen? ein Balken hehehe ja der Kript oder? ne das war kein Kript das war ein Balkenschuss das war ein das war ein 31 schriss uns durchdringen aber wie viel leben die hat ja dann hast du halt 70 70 aber mehr auch nicht ich habe es so nah genommen nicht damit ja das sind auch immer auch shant gegen Malfit das geht oh mein Gott das ist ja voll im Nein das geht dir niemanden down das checkst du jetzt erst dass wir entscheiden haben boah ja ich bin alter das ist dein das ist ein Bruder Junge ja ich wundere mich gerade dass er überhaupt keine spielt weil ich habe ihn noch nie ich bin seit spät als nie ich bin seit spät als nie fuhr wenn er nah genug rankommt dann nehme ich den Headbutter hey die Kript wollen nicht was oh come on also wenn das kein Treffer war es ja auch nicht blöde Hure Irgendwann zeigen die äh den Youtube Tamsan wegen Anzüge zur Sprache ja genau und dann stellen die diese Video oh ach quatsch ach quatsch ach quatsch ich sehe schon irgendwie kommt er hat den Damage von den äh von Pulver Rifle kriegen wenn man nicht in die Luft äh weg ist das ist interessant das ist interessant nicht oh man ich weiß überhaupt nicht wie schlecht bin ich denn wie gingste schlecht was lachst denn du der Wettler äh das macht nur du Hacker erhoff dich für die ich bin jetzt schon genau letzte Video Beweis ja kai mach doch kein Lasit es war kein Lasit es war kein Lasit du hast das Ding halt ah ich habe es dann nicht bekommen nein ey was geht äh miss wuuuuh es geht ha 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 oh noob das ist das ist das ist ein bisschen Spaß mit meiner Meinung um ich gehe mal hier ohne will gleich Gank sonst werden die da nicht irgendwie definitiv verschwinden AHHHHH was haben die für einen Jungler eigentlich ach Nunu oh 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 ich bin noch nicht einmal ich habe das hier ich habe das ich habe das komm her die holen seine oh mein Gott was hat sie sich denn gekauft ich genial ey toll toll roter poter die schm oh mein k der gott nach der 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 tated naja h in budget ja wobei es kann ich eGE aus Relänschaft kann ich nicht mehr mal wenn ich auch da dran mit dem Event Ja, das kommt ja auch noch. Aber die MF-Shot zu machen. Ja, wieso denn nicht? Ja, nur mal die MF-Shot zu machen. Oh mein Gott. Die hat AD rum. Und bis sie AP. Gott. Gott. I know the way. Boah, aber ich mir erschrocken als der Ding kam. Alter. Boah. Ich wollte mich was flashen. Du machst es nie wieder. Du Django ist jetzt ohne den Skill. Kalin möchte gerne weg. Oh, come on. Ankur, was machst du hier? Creeps und Xp. Ja, Creeps und Xp spielen. Ja, Creeps und Xp spielen. Ich stehe schon extra so weit vorne. Creeps und Xp spielen. Oh, danke Ryo. Er stehlt mir. Wir müssen ja am Ende töten. Wir müssen ja am Ende töten. Ich outrange hier den Schau und Ruhe. Ich komm da an, komm. Also wir verlieren wegen den Schuld. Wir müssen ja nicht weggehen. Hanku kann's halt. Hat die Flaschen in der Mitte? Ja, Jogi. Äh, ja. Ja. Wuii. Ich muss aber trotzdem mal neu. Oh, Ulti. Oh, Powerhack. Als Akku ich das gemacht habe. Coup fail. Nein. Nur du war noch da. Äh, die, die Beine von hier unten kommen. Ja. Oh, wie. Ich mach dir nur mein Kind. Komm her. Schade, kein Fleisch. Alter, sag halt zwei Sekunden, dass du die Bitch anspringst. Ey, hätte ich assist bekommen, aber nein. Ja, aber ich brauch schon das Bild. Ja, ich brauch schon das Bild. Ich wollte doch nur ein Assist mit Ulti. Mein Gott, ey. Hilf mir. Gein. Oh, nein. Hä, wir gehen halt wieder weg. Ja. Was war's, ey? Ich hab keine Ahnung. Der hat in der Richtung schon einen Pulverize zu kommen, fliegt aber weg. Und der, den Zaun fliegt hoch, der daneben steht. Du hast noch nichts gemacht. Komm, geh mal ein Gewisch rein. Ich hab keine Ahnung. Das ist aber lustiger, oder? Das ist, äh, das können nur die, äh, die Evo proben. Das können nur die richtige proben. Das kann nicht mal schulstellen. Ich bin neu. Na. Ich kann nur Supporter. Äh, wir leben, ey. Viele nicht haben's. Abgefuckt, ey, Hure, du bist doch so eine Maul, Bitch, ey. Leck mich doch am Arsch. Wie sie halt dann gleich zweimal am Ende gekrittet hat, diese dumme Hure, ey. Ernsthaft. Alter, ich komm gleich nach Hause und dann gibt's was aufs Maul, ey. Bisschen gerade. Bisschen gerade. Bisschen nur, ey. Ernsthaft. Alter, jetzt reicht meine Fresse. What the lizard buff here? Von dir. Wie sie, ich hatte ja noch gar nicht. Ach du, ich hab ja nur noch, ja, und ist mir doch scheißegal. Alter. Das zählt, Alter. Das zählt, Alter. Das ist auch frack, aber ich hab das haben. Das ist doch scheiße. Alter. Das ist doch so. Ja, so. Alter, jetzt gibt's aufs Maul. Verpiss dich, Hanko, immer. Quadra Kill. Komm. Maul, go. Mach weg. Gibt's aufs Maul. Gebt. Da sind sie kapete tief. Uh. Ja, wir? Ja, 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 ja. So haben wir nä hundred. Mein kleiner Käsefus hier. Alter, jetzt gibt's das, Junge. Wieso ist das gegen Games und abgefuckt der Kylie Endshaft? Scheiß Huren. Komm noch her. ich habe nicht mal den spaß bekommen ja kein lieben die wälder der kehrt mir der schast das maul alter ist mir so lachte wer bleibt das war so klar mit der fahrer der fahrer tja siehst du ich kann dir mehr verordnen da kannst du jetzt einmal nur du ja das ist 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 ja habe ich dich verschoben ich habe gesagt ich hätte 50 aber nein